Hallo meine lieben Midsucker und Midsuckerinnen, hier ist wieder euer Nuturke aufs Boot und wir spielen hier ein bisschen Grand Sky, aka Skysulated, mit dem guten Kinzi. Hallo! Steht er einfach hinter mir? Er hat sich erschreckt, wenn ich mich so anschleichen muss. Ich geh mal nach die Hühner gucken! Schurke! Bitte? Ja, Schurke! Das ist doch nichts Schlimmes seit... Oh! Ich wollte gerade mal gucken... Wie viel... Wo mache ich das eigentlich? Research! Liebe für die Hühner! Liebe für die Hühner! Wie viele Aspekte es überhaupt gibt? Liebe für Hühnerliebe? Liebe für die Hühner! Oh! Steht hier nicht irgendwo eine Zahl, wie viele es gibt? Every item... 5000! Oh, das wäre ja übel! Und ich will, dass du dich selbst schlägst! Nein, das mache ich nicht! Äh... 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 1, 2, 3... Hatte ich mal wieder recht! Ne, 5000 nicht! Immer noch! 1, 2, 3, 4, 5! Gut! Das sind hier ja! 5x5! Mir fehlen nur noch zwei Aspekte! Ups! Welche könnten das so sein? Habe ich Alieness? Alieness habe ich doch, ne? Alieness! Ja, habe ich! Ich kann Telekinesis! Was kannst du? Ich kann Alieness! Hallo Süße! Aber habe ich nur 6 Stück von! Habe ich nicht viel von! Ist Süßes die Blurall von Süße? Ja, oder? Doch, bestimmt! Süßes! Einfach um S dranhängen! Ja, Süßes! Hallo Süße! Ah ja, Bees and Trees! Gut, dass ich sehe! Ich muss mal direkt nach meinen Bienchen gucken! Ah, Mann ey! Hier wird einfach... Ah, Mann ey! Hier wird einfach... Da habe ich gefressen! Au! Und? Wie hat es geschmeckt? Bäh! Bäh! Achso, das ist auch eine Königin! Verdammt! Ah! Gut, ähm... Was ist denn hier noch? Arrows habe ich? Die Slimes? Habe ich die? Kekse! 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 Hallo? Schleim haben wir genug! Bräul nicht farm! Du bist ein Schleim! Scht! Du sollst mich nicht immer beleidigen! Ich bin ganz traurig! Wir könnten das auch ausbauen! Ja, herzlichen Glückwunsch! Aber vielleicht nicht unbedingt beim Harvester! Ah, Blumenpot! Den kann ich! Ach, der hat den jetzt als Oak Sapling drin! Nicht als Flower Pot! Na gut! Äh... Amber Block! Okay! Das ist gut! Das ist echt Quatsch! Ich höre das Quatsch! Ah, kann nicht! Kann ich nicht! Geht nicht! Geht nicht! Geht Barrel? Barrel geht! Haben die jetzt so einen riesen Baum, dass ich gezüchtet habe, dass sie ein Baumhaus bauen können! Weiß ich nicht! Die steht von hier vielleicht! Sign? Nein! Sign habe ich! Kiste habe ich! Crafting Table habe ich! Das könnte es nur sein! Das könnte es nur sein! Nein! Habe ich noch mal sch... Ey! Ah, Kakao! Ich habe Kakao doch hier noch nicht gescannt! Ah, doch! Habe ich doch schon! Mist! Brownstain! Hast du schon Ender Lilies gescannt? Ne! Sag mal! Das ist Minecraft Brownstain Clay! Warum kann ich den nicht scannen? Ihr Taumcraft-Macher! Ihr habt da was nachzuholen! Greenstain Clay geht natürlich auch nicht! Zuckerrohr habe ich, meine ich schon! Ja, habe ich schon! Ähm... Wann 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 wann? Fisch... Sifter! Ah, Gay ist nur Arbor! Ähm... Bitte? Gay ist nur Arbor? Ne! Melon! Ich kann Melon scannen! Melon Seed! Kann ich auch scannen! Uh! Ender Lilies! Weiß ich nicht, ob ich die... Habe ich die schon gescannt? Ne, habe ich noch nicht! Warte da! Oh, es geht sogar! Vier Aliens! Sehr geiles Ding! Sehr geiles Ding! Das sind ja auch quasi Aliens! Ja! Müse... Mü... Mü... Müseleum habe ich! Mushroom habe ich noch nicht! Ah, Noidies habe ich noch nicht! Die Item-Docs habe ich! Ich will auch irgendwann mal fertig werden damit! Ich mache mir noch ein paar Krüsse! Also ich habe ja schon fast alle Aspekte! Ich könnte ja schon einiges machen, glaube ich! Oh! Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon brauche! Wir können ja noch ein Quest abgeben! War nicht mehr mitgekriegt am Ende von der letzten Runde! ME-Interface! Oh, da kriege ich immer nur ein Famis und ein... Weiß ich nicht, wie das heißt! Ups! Vanillabinen habe ich schon, okay! Walnut! Halt ich doch gar nicht machen! Oh, wir haben ja Mangos! Lecker, lecker, lecker! Ja! Und wir haben Mongos! Und wir haben Mongos! Mongos und Mongos! Yeah! Ein Great Reward Bag! Ich habe noch einen Flash Golem! Wo bist du? Ich habe einen Flash Golem! Du weißt schon, dass du eben... ... in zwei Automated-Mining-Options! In diesem Pack, da sind zwei! Oh! 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 Das ist ja schlimm! Was ist denn das für ein Song? Oh! 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 loves acrylicic?! teufelskreis ich habe ich brauche voll viel haben glas dafür krass mal gucken ob wir noch ein kleines hat nein haben wir natürlich nicht ob sie die jahre haben wir natürlich auch nicht sehr gut so gunpowder noch da habe ich bestimmt schon habe ich schon ein bucket ein kennsteller bucket ein bucket in der kacke kam nicht drauf was mir noch fehlt krisen thema habe ich kein stone breaks bringt nicht viel schad oh ja die sind gut die schadens muss ich alle noch was gehen ja da wäre es echt schadet rum ja wenn ich die nicht kennen würde die schadens jetzt läuft er wieder mit den ganzen buckets rum anstatt sie mein system zu machen ich habe nur 1 2 dabei 2 2 2 immer noch gib mir die ja kriegst du sofort ja moment moment gestern ich eile ich ruckele zu dir ich ruckele zu dir das verwerf mich mit büquets bitteschön du kannst übrigens ein quest abgeben habe ich dir eben schon gesagt ja ich bin grad voll im taum kräft ah nein vorsicht da nicht hingehen doch geht da hin ich habe versehentlich was weggenommen warum machst du denn da so einen hässlichen stein hin wo sind wir denn hier ich wollte nicht dass du da rein fällst achtung hinter dir ist luft ja ich weiß du hast ein jetpack angeber du auch stimmt ich bin ein angeber aber meins hat kein saft mehr das gehört sechs mal saft saft bringt dir kräft kann ich schicken habe ich ach ich komm kann ich schicken kann ich dir was schicken ein chicken burger nein da brauche ich gar nicht hin ist ja easy mode in taumonomicon aktiviert da kann ich ja kaufen aber welche richtung möchte ich einschlagen oh ja das brauche ich für eine quest also research expertise nehmen wir jetzt mal und dann kaufen wir uns noch den disk deconstruction table und dann können wir auch direkt was bauen für tom kraft wunderbar wunderbar zeigt ihr gleich was damit auf sich hat ja ja machst du aber erst mal noch denke ich ein bisschen carrot juice weil er doch so lecker ist weil er mir einen goldenen ton verleiht haben klasse haben klasse wie kann man das machen nur so dann hauen wir mal obsidian in den pulverizer zack sechs stück müsste glaube ich schon fast reichen ja ich hoffe ich habe noch ein paar scharren habe ich die jetzt da reingebracht in diese kiste ich muss mal gucken da ist nichts drin nein das ist nur ein bisschen blaze powder ich kann ja mal mein inventar ein bisschen entschnabolieren entschnabolieren und du hast gesagt du machst den golem weg wenn du vorbeigeht jetzt steht er immer noch hier ja ich habe meine glocken nicht dabei gehabt ich suche meine glocken ich suche meine glocken er ist den heut hier weihnachten ja lecks mir ja nein danke da ist er goldman's a spell ich glaube fürchte das brauche ich gleich noch mal was mache ich dann mit diesen ganzen saplings eigentlich wo soll ich damit hin soll ich die allen okay mache ich das okay da kommt zu mir 134 natürlich voll da ist nur drei kein stone bricks sandstone ein damit samt hacken sie clearly now the rain has cool ich habe genug gescannt er bitte ich habe genug gescannt haben wir doch klostein wenn noch keine so viel vielleicht auch noch klosturm gut wollen wir gucken ja noch hat da hat da ist die power flight ist nichts bis in trees drei quests gut die genmanipulation nein oder doch ein bisschen trees hast du auch noch welche offen genetik control auch nicht bei biesen trees aber da stand gerade wo ich darauf geklickt habe acht prozent mit lesen claim ach so das ist überall versteht drei quatschern wie able for completion oder verfügbar wir machen mal energized klosteine so we need to party nein welches ist auch nicht das ist ja meine aufgabe was hast denn was wo denn ich sehe gar nichts bye 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 for the hoarding glaube ich was doch schon gar keins abgegeben kann ach du scheiße dann weiß ja was ich diese folge macht was hast du denn da gemacht das ist ja zeug halt meine das ist noch nicht was ach so ich muss einen auswählen na gut dass ich gerade meinen metall ja gemacht haben massive storage nee das ist noch nicht das ist ja noch gar nicht dachte dass wir auch schon alles weil das nur du blinkst auch komisch ja ich bin ein blinker haben wir noch ein servo jetzt nicht beim angeln verwenden doch ich bin doch kein blinker nf drücken was nf drücken was ist das nf ns ach so ich habe Kokosnuss bekommen ja mach doch aus mir doch egal ich weiß gar nicht was du meinst ich merke ich mehr angst ich habe einen black swallowtail bekommen ja ja black swallowtail ist klar und cherry jelly und blackberry juice und blackberry juice ich bleib mal geistert gleich aussaufen ach kann ich nicht bin ich hungrig ich hab flüssiges close down hey geil in den selben war schnelle leitung machen oder was nö ah ich häng schon wieder fest sollte man noch mal etwas sand in die siebe geben das tschuldigung wie wir jetzt einfach mal 76 leben haben und ich habe noch ein hart kann ist da mehr kann ich den doch die stelle ich wollte sie noch haben die stecken ja sehr gut jetzt kann ich mich ja bald in den neta wagen pff toll was denn pussy achso willst du ein me interface von mir haben was macht denn das überhaupt ach das ist einfach zum darauf zugreifen ne das war jetzt hier nur eine andere textur habe ich gerade gesehen ich habe ja jetzt wieder eine andere textur ja das ist irgendwie sowas äh was brauche ich noch ja silbernuggets silbernuggets ja die konstruktion der wird gemacht aus einem taumometer einer goldenen pickaxe eine goldenen axt und einem table dafür hast du keine beweise das ist ganz einfach ich brauche jede menge gold und glas oje ich gehe gold herstellen hammer wo ist mein hammer da ist mein hammer hammerhart hammer hammerhart ist ja hammer hammerhart fluid transposer wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der der ist auf der anderen seite da das ist das ist das das ist so dann so ach du scheiße ach du scheiße wenn ich das alles in die schmelze packt dann haben wir 200 24 28 mal 2 sind 500 äh 46 556 gold ist doch super krass warum machst du das jetzt nicht da rein aber ich pack ich pack das lieber in die chest den ähm gold ore gravel hier damit man den bei bedarf nehmen kann und ich schmelze dann nur über 32 stück dann habe ich genau ein stack es ist denn doch schon ein bisschen übertrieben glaube ich 500 dinge da naja fast 500 oder 500 oder 500 so macht ihr das nicht 50 fehlen mal die schmelze ein bisschen größer bauen illuminator frame ach nein das ist noch gar nicht okay okay fehler gefunden fehler kann fehler gebannt wunderbar illuminator frame das wären 200 noch was gold machte ich mich ein kleines bisschen verrechnen alle bitte ja jeder hat so sein ah jetzt geht's oder sind auch noch vier blöcke of gold nehme ich auch noch raus boah ich hab was leuchten der sind in der Hand guck mal Kinzi ich hab was leuchten das oh schön oh Zauberwürfel mein Schatz mein Schatz mein Schatz mein Schatz das ist nicht nur dein Schatz das ist unsere Insel hier ich geb dir einen nein mein Schatz mein Schatz jetzt hätte der Würfel einfach so ein One-Hit machen ja ganz bestimmt der eine Würfel ja der eine Würfel ein Würfel um sie zu fechten ein Würfel um sie zu fechten zu 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 ja ich brauch Redstone an kacke Redstone haben wir keinen Redstone mehr nein auch vielleicht ein ME System warte I take a look oh 18 Stück ok 1 2 3 1 2 3 ich glaub das musste reichen so dann brauchen wir noch Silber 1 2 3 was denn hier für ein Rest im Casting Basing hab ich da was vergessen wahrscheinlich wie immer ist das Copper ich glaub ich hab letztes Mal Copper gemacht Copper 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 das wird echt langsam schon ein laufender Witz ja 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 verdammt ich hab zu wenig zu wenig energize closed down egal das kremmen hin Schätzelein ich hab jetzt auch heute kein dust gemacht ne ich hab einfach wieder den Gravel in die Schmelze gepackt ich glaube wir können uns das leisten ne guck mal guck mal ich mach was guck mal guck mal guck mal guck mal Kinsey guck mal was ist das leuchtet der ey der hat ja nach oben ab ne oh Storm läuft nach oben ja 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 schnell fang den wieder ein sonst ist der weg nein ich hab doch schon den Bucket wieder voll tschüss achso das läuft jetzt wir lassen einen steigen wie geil ist das denn leuchtet der eigentlich auch keine Ahnung hier auf dem Server ist ja nie Nacht wie cool das läuft einfach nach oben das ist echt mal stylisch und verbraucht Serverressourcen yeah yeah do the wiggle du 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 coole scheiße man ey was das ist noch hoch halt willst noch mal machen ja mach halt nur na aber warte mein Minecraft ruckelt doch eh schon du hast nur einen ganz kleinen guck mal was er macht das sieht mit sich aus ich kann mit Rauchzeichen kommunizieren ja stimmt das funktioniert sogar lang lang kurz lang oh der hat sich dem anderen zugefügt der ist schneller gestiegen als das andere wegläuft der ist ja weniger ja stimmt oh wir müssen aushören nein wir haben doch grad so schön einen steigen lassen ja oh bei dir läuft was gelbes nach oben und bei mir läuft was gelbes nach unten du bist so ekelhaft gold ja ja ist klar ist klar ja dann sag ich mal viel vielen dank dass ihr zugeschaut habt und ähm joa schaut doch nächstes mal wieder rein wir würden uns freuen das wäre voll zu drücken geile Sache man wenn ihr reinschaut das wäre der Hammer hier Hammer der Hammer Diamond Hammer dann einfach mal bis nächstes mal sag ich mal joo tschau bis dann Untertitelung. BR 2018